Okay, schlagt gerne eure Bibeln auf, Matthäus Kapitel 22 und ich lese mal ab Vers 1 bis 14. Jesus fuhr fort, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Er sagte, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hatte. Er sandte seine Diener aus, um die, die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen. Doch sie wollten nicht kommen. Daraufhin sandte der König andere Diener aus und ließ den Gästen sagen, ich habe das Festessen zubereiten lassen, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern wandten sich ihrer Feldarbeit oder ihren Geschäften zu. Einige jedoch packten die Diener des Königs, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Truppen und ließ die Mörder töten und ihre Stadt niederbrennen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort antrefft. Die Diener gingen auf die Straßen und holten alle herein, die sie fanden. Böse ebenso wie gute und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der kein Festgewand anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen? Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt. Jesus, danke dir für dein Wort, für diese Beispielgeschichte, die du uns gegeben hast, die nicht nur damals ihre Bedeutung hatte, sondern genauso auch uns heute ganz viel zu sagen hat. Herr, hilf uns, darauf gut einzugehen. Amen. Ja, ich gehe eigentlich nur auf den letzten Teil, Verse 11 bis 14 mehr oder weniger ein, aber das sehen wir dann. Die Überschrift lautet, die Kleidung entscheidet. Also es geht um Kleidung, das haben wir auch ja gerade schon gehört. Wie ist es, wenn man eine Einladung zu einer Hochzeit erhält? Erstmal ist die Freude riesengroß und dann kommt gleich die Frage, was soll ich anziehen? Der Kleiderschrank hängt zwar voll bis oben hin, aber weil es ja so viel ist, was ist wohl diesem Anlass angemessen, da mal wieder hervorzuholen? Oder man lässt sich was Neues schneidern oder guckt nochmal irgendwo, was es als Sonderangebot gibt. Jedenfalls ist das eine große Frage, die man hat. Ich weiß von vielen Ehemännern, also ich gehöre nicht dazu, aber ich habe von solchen gehört, die fragen ganz, ganz oft ihre Frau, Schatz, was soll ich anziehen? Und ja, die Frauen, die legen dann alles raus und präsentieren ihnen fast dann so jeden Tag ihre Garderobe, was sie anzuziehen hat. Also ihr lieben Männer, sowas lasst mich nicht mit euch machen. Ihr seid Männer, ihr wisst selber, was ihr anziehen könnt. Aber wer weiß, wie sich das so alles so entwickelt in den Ehen hier und da. Warum auch nicht, von mir aus. Okay, hier haben wir also es mit einer Hochzeit zu tun. Und daher besonders sind natürlich die Brautleute, die sich Gedanken machen um ihre Kleidung. Das ist ja klar. Der Bräutigam, der darf ja eh nicht sehen, was die Braut für ein Kleid anzieht. Das ist ja ganz geheim. Das kommt ja dann erst kurz vorher dann zum Tragen. Die Farben müssen stimmen, die Stoffe, die Schnitte und all die Sachen. Ganz spannende Sache. Also wer geheiratet hat heute Abend hier, der weiß, was ich meine. Und wer langsam darauf zusteuert, der weiß auch, was ich meine. Wenn man sich so viele Gedanken um die Kleidung gemacht hat, dann ist es nur blöd vielleicht, wenn es soweit ist, wenn die Kleidung plötzlich nicht mehr passt. Soll auch vorkommen. Mein Hochzeitsanzug passt zum Beispiel nicht mehr ganz so. Aber gut, ich brauche ihn auch nicht mehr. Wobei letztens, könnt ihr euch noch daran erinnern, da hatten wir irgendwie so eine Freizeit. Ich habe mich noch mal reingequetscht, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Das war so eine Bad Taste Party. War zwar fast ein Affront gegenüber meiner Frau, dass ich dann anlässlich Bad Taste meinen Hochzeitsanzug rauskrame. Aber er hat eine bestimmte Farbe gehabt. Deswegen habe ich gedacht, kram ihn mal raus. Ich habe auch schon davon gehört, wie Kleider unmittelbar vor der Hochzeit plötzlich kaputt gegangen sind. Das ist schon dramatisch. Aber normalerweise kann man das immer noch reparieren. Und sei es, dass man schnell noch irgendwo zu einem Hochzeitsausstatter geht und dann noch schnell sich ein neues Kleid holt oder Anzug oder was weiß ich. Man kann das immer noch ausmerzen. Mit der Kleidung was ändern, wird in dieser Geschichte schwierig. Das ist eine ganz andere Nummer. Dieses Fest, von dem hier die Rede ist, wenn da kein Kleid da ist, dann hat man echt ein Problem. Da kann man nichts reparieren. Hier geht es um das größte Hochzeitsfest aller Zeiten. Und zwar wird es einmal sein, wenn Jesus, der Bräutigam, seine Braut, die Gemeinde quasi heiratet im Himmel. Ein Riesenfest. Unglaublich. Und darauf zielt Jesus mit dieser Geschichte ab. Aber die alles entscheidende Frage war natürlich, deswegen meine Überschrift, die Kleidung entscheidet. Haben wir die richtige Kleidung an? Gerade auch für diesen Anlass. Mein erster Punkt, ein ungebetener Gast oder man müsste fast sogar sagen, da ist ein Feind auf dem Fest. Jesus erzählt ja hier in dieser Geschichte, dass viele eingeladen worden sind. Zuerst wollten da manche gar nicht kommen, aber dann klappte es ja dann doch. Der König, das ist Gott mit gemeint, lädt Menschen zur Hochzeit ein, zur Ehre seines Sohnes. Damit ist Jesus gemeint. Jeder Mensch ist aufgerufen, zu Jesus zu kommen. Das ist eigentlich die Einladung. Alle sind gemeint. Kommt zu Jesus. Kommt zum Glauben an Gott. Jeder ist eingeladen. Aber was interessant ist, am Ende heißt es dann so, dass viele sind gerufen oder berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Entscheidend ist letztlich, wer auf der Gästeliste draufsteht. Wer denn wirklich dazu gehört. Manchmal kann man so pauschal eine Einladung aussprechen, aber entscheidend ist, wer dann auch wirklich auch da ist. Beziehungsweise auch, dem die Einladung gilt. Aber da kommen wir dann auch noch zu. Und so haben wir hier eine große Hochzeitsgesellschaft beisammen und wo man hinschaut, die schönsten Kleider. Unterschiedlichste Stilrichtung, alles wunderbar angerichtet, sehr schön. Aber bei genauem Hinsehen merkt man, da sind doch so einzelne Gäste dabei, die passen da scheinbar nicht rein, weil sie unterschiedliche Kleidung anhaben. Jesus redet mit diesem Gleichnis zu uns heute und meint die christliche Gemeinde weltweit und will herausstellen, da sind Menschen in der Gemeinde, die da möglicherweise gar nicht hingehören. Die Frage ist, was für Menschen sind es, die zur Kirche, zur Gemeinde Jesu gehören? Was für Menschen sind es, die auch zu einer christlichen Jugendgruppe gehören? Natürlich könnt ihr sagen, ja wir sind doch hier, wo ist das Problem? Siehst du uns doch. Aber unser Herz ist gefragt. Wie stehen wir zu dem König der Könige? Wie stehen wir zu dem Sohn des Königs, zu Jesus? Sind alle in den Gemeinden Nachfolger von Jesus oder auch in den Jugendgruppen? Sind sie wiedergeborene Christen? Gehören sie wirklich zu Jesus mit ganzem Herzen? Oder sind sie nur dem Namen nach irgendwie dabei, aber wollen eigentlich gar nichts mit Jesus zu tun haben? Ich glaube mit dieser Erscheinung haben wir teilweise mehr sogar zu tun als in früheren Zeiten, weil so viele sich nicht festlegen wollen. Sie wollen zwar ein bisschen was Frommes mitnehmen und auch der Glaube an Jesus ist ja hier und da auch ganz brauchbar, aber sich so richtig festlegen will man dann doch nicht und sich noch eine Hintertür am besten noch offen halten. Wie ich gerade schon sagte, in dem Gleichnis wird zunächst von vielen Menschen berichtet, die überhaupt nicht zur Hochzeit kommen wollen. Das ist auch brutal. Da lädt man ganz nett zur Hochzeit ein, die Leute haben gar keinen Bock drauf. Feiert auch alleine. Was meint ihr, was Johannes und Alex gesagt hätten, wenn ihr alle nicht gekommen wärt, die ihr eingeladen worden wärt? Das wäre schon ein ganz schöner Affront gewesen, aber genauso ist es eigentlich hier. Und dann schickt der Gastgeber nochmal nach und sagt, kommt doch bitte, ernötigt sie so ein bisschen, was machen die? Die kommen immer noch nicht, bringen sogar die um, die sie eingeladen haben. Ist schon eine ganz schön heftige Story hier. Aber gut, er rächt sich dann ja auch und spricht die Einladung dann letztendlich an andere aus. Hiermit ist auch die Geschichte Israels gemeint. Israel hat ihren Messias abgelehnt. Sie wollte von ihm nichts wissen. Sie hat die Verkündiger des Retters abgelehnt und ermordet. Wir haben so ein Gleichnis schon mal gehabt. Das war zum Beispiel von den Weingärtnern. Das ist eine ähnliche Geschichte, die auch hier hineinpasst. Aber zurück hier zum Hochzeitsfest. Der Gastgeber ist da, auch sein Sohn ist da und es geht darum, ihm auch Ehre zu geben bei dieser Hochzeit. Nicht nur einfach nett da zu sitzen und sich über die verschiedenen Kleidungen zu freuen, die man angezogen hat. Was ja sicherlich auch nett ist. Mann, guck mal, was hat der denn an und die, was für ein Hut und wie auch immer. Gehört auch alles zur Hochzeitsfeiern dazu. Aber ich will mein Augenmerkmal jetzt auf diese Person richten oder auf die eine, die besonders auch hier von Jesus gemeint ist, die einfach aus dem Raster fällt. Alle anderen wie aus dem Ei gepellt. Super schön, alles ganz toll. Und da sitzt einer dazwischen, der passt mit seinen Klamotten überhaupt nicht da rein. Dieser Mann dachte nur an sich selbst und wollte sich nur das für ihn Interessante und Positive rauspicken. Das nette Beisammensein, die Beiträge, das gute Essen, die Party, das war alles nett. Aber der Gastgeber war ihm ziemlich egal. Er scheute sich nicht ganz bewusst, fast trotzig den Sohn und den König zu brüskieren, indem er eben keine festliche Kleidung anzog. Er wusste, wohin er ging. Er wusste es ganz genau und er sah ja auch all die Leute, aber es war ihm ziemlich egal. Er störte sich nicht im Geringsten daran und so hat er sich mit seinen Alltagsklamotten da reingesetzt. Vielleicht sogar mit richtig abgerissenen Klamotten. Und wie gesagt, das ist ein Affront, eine Beleidigung dem Gastgeber gegenüber. Gerade wenn man sich in die orientalischen Sitten hineinversetzt, Jesus bringt das ja in diesem Kontext, da war das das Schlimmste überhaupt. Gut, wenn hier das vielleicht in unseren Breitengraden passieren würde, dann würde man vielleicht komisch gucken, was ist denn mit dem los, dass der hier mit abgerissenen Jeans hier ankommt und völlig bekleckert und was weiß ich und alle anderen mit ihren tollen Festtagsgewändern. Das würde schon auffallen, aber würde vielleicht sagen, naja gut, keine Ahnung, was da vorgefallen ist, schwamm drüber. Also im Orient war das undenkbar so etwas. Aber gut, warum hatte er dieses Äußere gewählt? Letztendlich zeigt das seine Geringschätzung und dass er ein Feind des Gastgebers war. Dass er gegen ihn gestellt war und das äußerlich auch deutlich machte. Wer von uns würde es wagen, wenn er zu einem Staatsoberhaupt eingeladen wird, sich nicht angemessen zu kleiden? Ich muss es sagen, ich war einmal im Rathaus eingeladen zu einem Empfang. Ich war wochenlang vorher schon sehr aufgeregt und habe mir Gedanken gemacht, was ziehst du an? Mit dem Bürgermeister dann zu sprechen. Ich meine, gut, so viel geredet habe ich gar nicht nachher mit ihm. Ich saß auch ziemlich weit hinten. Aber es war doch ein aufregender Moment und Mensch, ich würde doch alles geben, um da eine gute Figur zu machen, auch kleidungsmäßig. Und habe ich da noch hoffentlich. Da macht man sich Gedanken. Also nicht so wie dieser Typ hier auf dieser Feier. Oder ich musste mich daran erinnern. Ich war mal bei einer Sitzung damals als Finanzbeamter. Für die, die mich nicht kennen, ich war nicht immer Pastor, ich war mal Finanzbeamter. Ich habe in so einer Spezialabteilung gearbeitet, bei der Finanzverwaltung. Und mein Chef, der hat dann sich gedacht, er nimmt mich mal mit. So als Newcomer. Und da bin ich mit ihm dann zur Finanzbehörde gekommen, zur Oberbehörde. Und da bin ich in eine Sitzung reingeraten, von der ich vorher nichts wusste, dass ich da an dem Tag hinkomme. Da saßen all die hohen Herren, die Oberchefs, mit ihren blauen, dunklen Anzügen, mit ihren blitzeblanken Schuhen und Krawatten. Und das war alles so förmlich und höflich. Und ratet mal, wie ich ausgesehen habe. Ziemlich löchrige Turnschuhe, abgerissene Jeans, ein Hemd weit über die Hose rüber. Kam da so rein, hinter meinem Chef hinterher getrottelt und erstarrte förmlich. Und alle Augen auf mich gerichtet. Was ist denn das für einer? Also ich saß ganz am Ende da von dieser großen Tischgruppe oder war auch fast wie eine Tafel. Es gab zwar nichts zu essen, aber ich fühlte mich so bescheuert. Ich habe immer das Loch gesucht, wo ich reinkrabbeln kann, aber musste dann bis zum Ende das irgendwie aushalten. Katastrophe. Man hat mich nicht über den Dresscode informiert. Aber gut, war halt so. Dieses Gleichnis gilt, wie gesagt, allen christlichen Gemeinden beziehungsweise auch Jugendgruppen. Denn nicht jeder, der sich dazu zählt, auch heute Abend, der sich hier zu den Christen so offensichtlich zählt, gehört dazu. Wie hat mal einer gesagt, nicht nur, weil ich bei McDonald's, ich bin kein, wenn ich in der Garage bin, bin ich nicht gleich ein Auto oder wie heißt dieser Spruch? Wie auch immer, also ich bin nicht gleich ein Christ, wenn ich in der Kirche bin. Darauf wollte ich hinaus. Also es kann sein, dass du hier sitzt und meinst, Mensch, ich bin doch christlich, ich gehöre dazu. Aber vielleicht gehörst du doch nicht dazu. Das ist eine Frage auch deines Herzens. Nicht, dass man mich hier mit dem Gleichnis falsch versteht. Ich rede nicht davon, dass man in den Gottesdiensten im Abendkleid und im Anzug erscheinen muss. Also dann habe ich irgendwas heute Abend falsch gemacht, wenn morgen dann alle hier im Gottesdienst da drüben erscheinen. Und ich meine, ist vielleicht auch nicht schlecht, mal ganz nett auszuschauen, aber ich glaube, dann werden so einige irritiert, was mit der Jugend jetzt passiert ist. Das ist auch hiermit nicht gemeint. Obwohl sicherlich, man muss nicht gerade mit seinen abgerissensten und verdrecktesten Klamotten zum Gottesdienst erscheinen. Denn wir haben ja schon eine Audienz beim König Jesus, das dürfen wir uns auch bewusst machen. Da sind manche anderen Kulturen auch etwas sorgfältiger als vielleicht wir in unseren westlichen Kreisen. Wir sind manchmal vielleicht fast zu salopp, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Aber das ist nur so am Rande. Es gibt wiederum auch, vielleicht das so als kleinen Exkurs, auch gesetzliche Auswüchse mancher christlichen Gruppierungen, bei denen man nur auf das Äußere achtet und insbesondere auch für die Frauen Kleiderordnung verabschiedet, die die Bibel überhaupt nicht kennt. Und dann rennen die Frauen oder die lieben Schwestern in so Öko-Klamotten herum und meinen damit ganz heilig zu sein. Und diese Gemeinden oder Gruppierungen verteufeln das, was modisch und schick ist. Dabei ist da die Frage, ob nicht die Männer, die da oft vielleicht hinterstecken bei diesen Ordnungen, sie sich nicht vielleicht besser selber mal Gedanken machen sollten, warum sie denn diese Verordnung aufstellen, ob sie nicht vielleicht in ihren Gedanken sich zu viel komische Sachen zusammenreimen, als dass sie solche Gesetze aufstellen. Sie sollen ihr Herz prüfen, als dass man am Äußeren von anderen herummäkelt. Es kommt auf das Herz an. Das ist das Entscheidende. Die Bibel sagt in 1. Petrus 3, Verse 3 bis 4, Unser Herz, darauf kommt es an, nicht wie wir uns irgendwie äußerlich präsentieren. Insofern ist es sicherlich nicht schlecht, auch sein Äußeres zu hinterfragen. Wie kleide ich mich? Warum mache ich das? Mit welcher Motivation tue ich das? Will ich damit beeindrucken? Will ich vielleicht jetzt als Mädel die Jungs irgendwie auf mich aufmerksam machen? Was ja an sich auch nicht verkehrt ist, aber es hat alle seine Grenzen, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber wenn dann deine Herzenshaltung stimmt, deine Motivation vor Gott im Reinen ist, dann darf ich dir Mut machen. Wir haben schon manchmal solche Diskussionen auch in unseren Kreisen gehabt. Dann darf ich dir Mut machen, gerne auch sich schick zu machen und in der Mode, die dir gefällt, auch Jesus die Ehre zu geben, ob im Gottesdienst, in der Schule, in der Freizeit, beim Sport und auch am Strand. Das mal so als kleiner Exkurs hier eingeschoben. Aber zurück zum Gleichnis. In der Gemeinde gibt es Menschen, die gerne an den Segnungen Gottes teilhaben, die die Liebe und Wärme unter Gottes Volk schätzen, die Freundschaft, die Musik, also den Lobpreis. Auch die Aktivitäten finden sie ganz toll, dass man armen Menschen hilft, dass man humanitäre Hilfe irgendwo im Ausland leistet. Deswegen kommen sie zur Gemeinde. Und vielleicht bist du auch hier in der Jugendgruppe, weil da so nette Leute sind, weil man so schöne Freizeiten macht, weil man immer wieder auch tolle Aktivitäten hat. Aber das ist eigentlich das Hauptsächliche, was dich auch hierher bringt. Aber Gott und Jesus Christus, das ist vielleicht nicht so das Thema, was dich so sehr interessiert. Kommt immer wieder vor, dass Leute so drauf sind, gehen in die Gemeinde, gehen in die Gottesdienste. Aber mit dem, worum es eigentlich geht und nach dessen Namen man sich nennt, den will man eigentlich gar nicht. Die Bibel nennt solche Schein- oder auch Namenschristen. Das finden wir in 2. Timotheus 3, die Verse 4 bis 5. Verräter, sagt die Schrift da. Die sind unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen, liebend als Gott. Oder es sind Menschen, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Da ist ein gewisser Schein von Christlichem, aber letztlich verleugnen sie die Wahrheit des Evangeliums und wollen nichts damit zu tun haben. Und so heißt es weiter in 2. Timotheus 3 hier, von diesen wende dich weg. Das heißt, es ist entscheidend, da auch einen Unterschied zu machen, zu sagen, Mensch, wenn du hier dabei sein möchtest und auch dich zu Jesus zählst, dann muss sich dein Leben auch ändern, sonst ist deine Diskrepanz, es passt nicht zusammen. Also wir sind auch aufgefordert, das irgendwie aufzudecken. Solche Menschen tragen ein Kleid der Selbstgerechtigkeit und das ist so völlig anders als das der festlich gekleideten, übrigen Hochzeitsgesellschaft. Und sie verabscheuen sogar diese Festkleider. Sie entlarven sich bei näherem Hinsehen als Feinde Gottes, wie eben in diesem Gleichnis. Diese Frage umtreibt mich immer wieder, muss ich euch sagen. Ich mache ja schon lange Jugendarbeit. Sind die Leute, die ich in meiner Jugendarbeit dabei habe oder auch im Gottesdienst, sind sie wirklich bei Jesus? Lieben sie die Bibel? Lieben sie den Lobpreis? Oder ist das alles eine Form davon? Und das umtreibt mich oft und ich bitte Gott, dass er auch Herzen von euch auch prüfen lässt, wo steht man eigentlich? Es gibt so eine kleine Geschichte, da war eine Mutter, die hatte so einen Apfelbaum in ihrem Garten. Der war ihr ein und alles. Das Dumme war, er trug nicht so viel Früchte, aber ein Apfel war noch dran. Und den hat sie dann so gehütet und hat vor allen Dingen ihren kleinen Jungen immer wieder gewarnt, diesen abzureißen. Lass ihn ja wachsen. Guck mal, er wird schon leicht rot. Pass auf, dass du nicht den Ball dagegen schießt. Und so weiter und so weiter. Ja, das war zwar ganz nett, auch diese Aufforderung an den Kleinen, aber es hat nichts genützt. Irgendwann passiert dann doch das Malheur und bei Ballspielen fiel dieser Apfel runter. Der Kleine war ganz aufgeregt. Oh Mann, jetzt kriege ich ja mächtig Ärger. Aber er war ja clever. Schlich ins Haus, nahm sich so einen kleinen Faden, wickelte ihn um den Apfel herum beziehungsweise um den Stängel und band ihn dann da wieder fest. Es sah aus, als wenn nichts gewesen war. Alles perfekt. Mama guckte abends aus dem Fenster. Na, der Junge hat Fußball gespielt. Baum, Apfel, alles in Ordnung. Super. Das ging so ein paar Tage gut. Bis was passierte. Irgendwann war der Apfel nicht mehr rot oder wurde immer röd. Er war dann nachher nur noch faul. Und sie merkte, dass was faul war, ging dann näher dran und erkannte, ich bin hier überlistet worden und hat dann den kleinen Mann zur Rede gestellt. Aber genauso ist es mit manchen Christen. Sie sind nicht an Jesus angeschlossen. Also Christen, Namenschristen. Man sieht ihnen irgendwann an, dass sie nicht zu Jesus dazugehören. Ich will nicht sagen, dass sie faul aussehen. Aber es fehlt ihnen die Kraft, die man nur von Gott hat. Wenn du nicht an ihm dran bist, dann ist da ein Unterschied zu den Menschen, die an Jesus angeschlossen sind. Das heißt, an ihn glauben. Aber gehen wir weiter. Gucken wir mal, um was für ein Kleid es sich eigentlich handelt. Es ist ja offensichtlich ein sehr besonderes Kleid. Ich meine, wenn man Job und Lagerfeld und wie die Herren da alle heißen, die größten Designer, die sind ja tolle Leute so. Wir haben ja auch hier so eine Designerin unter uns. Wo ist Daniela hier? Die kennt sich damit aus. Aber ich sage dir, das schönste Designerstück Richtung Hochzeit, was von dir wird schon besonders gut sein, aber was vielleicht ein Lagerfeld oder ein sonst wie kreiert, reicht in keiner Weise an das heran, was uns die Bibel hier beschreibt, was hier mit Kleidung gemeint ist. Es ist eine einzigartige Bekleidung. Es ist etwas ganz Erlesenes, etwas ganz Besonderes. Und diese Kleidung macht deutlich, dass man zu König Jesus gehört und ihm nachfolgt und eben nicht sein Feind ist. Jesus drückt nicht näher aus, wie die Kleidung beschaffen ist. Er spricht nur vom Hochzeitskleid. Und wer den Kontext aus der Bibel her weiß, dem ist bewusst, hier ist von dem sogenannten Kleid der Gerechtigkeit die Rede. Davon wird gerade auch in den ersten Kapiteln des Römerbriefs ausführlich berichtet, dass uns die Gerechtigkeit von Jesus Christus durch den Glauben zugerechnet wird. Und nur durch die Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz für uns erworben hat, können wir vor Gott, dem Vater, bestehen. Aber durch den Glauben an Jesus werden wir dieser Gerechtigkeit teilhaftig. Und insofern wird uns dieses Kleid übergestreift. Dieses Kleid ist das kostbarste Kleidungsstück, was es auf dieser Welt gibt. Und zu alledem bekommen wir es geschenkt. Wenn ich mir überlege, was manche Menschen bereit sind, auszugeben für Klamotten. Und es sind Dinge, die man einmal anzieht und dann verstauben sie im Schrank oder werden von Motten zerfressen oder wie auch immer. Und hier haben wir mit einem Kleidungsstück das zu tun, das so kostbar ist, wie man es sich gar nicht vorstellen kann. Welch ein Unterschied. Wir kriegen es geschenkt. Und darüber soll man sich freuen. Ich meine, wir sind teilweise schon sehr lange Christen und wissen darum, ja, wir sind gerecht in Jesus und wir glauben an ihn und werden einmal bei ihm sein. Aber hier ist auch wichtig, dass man sich das immer wieder auch vor Augen malt und auch die Dankbarkeit auch durchkommen lässt. Und sagt, ja Herr, ich will auch meine Freude darüber zum Ausdruck bringen. Der Prophet Jesaja hat es zum Beispiel mit folgenden Worten getan. Er hat gesagt, freuen, ja, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihren Geschmeides schmückt. Finden wir in Jesaja 61, Vers 10. Haben wir diese Freude über das, was Gott uns gegeben hat mit seinem Kleid der Gerechtigkeit? Auch in der Offenbarung lesen wir von Kleidern, die Heilige dort anhaben. Weiße Kleider, weiße Gewänder. Sicherlich alles symbolisch gemeint. Aber dort können wir lesen, dass es Menschen sind, die von dieser Erde kommen und die von Gott gerecht gemacht worden sind und durch sein Blut, was er am Kreuz vergossen hat, reingewaschen worden sind. So ist die Sprache der Bibel. Und deswegen ein weißes Kleid anhaben. Offenbarung Kapitel 7. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Das Kleid von Jesus Christus, seiner Gerechtigkeit, das ist immer perfekt und braucht niemals Reinigung. Aber wir als Menschen, wir brauchen schon Reinigung. Wir brauchen täglich Vergebung, indem wir zu Jesus kommen und ihn auch darum bitten, dass er uns immer wieder reinigt. Wir bekommen schon mal Flecken auf unserem Lebensweg. Wir nennen das Heiligung, auf dem Weg Jesus ähnlicher zu werden, indem wir ihm nachfolgen. Und da sind wir immer wieder gefordert, auch uns zu prüfen, wie stehen wir vor Gott, wo haben wir uns vielleicht beschmutzt, wo brauchen wir eine Reinigung. Aber grundsätzlich gilt, als Kinder Gottes haben wir unser altes Leben wie ein schmutziges Shirt ausgezogen und das Neue, nämlich Jesus Christus angezogen. Das ist ein unwahrscheinlich schöner Vergleich. In Galater 3, 27 finden wir, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Hey, wenn du zu Jesus gehörst, du hast Jesus Christus angezogen. Du bist so eng mit ihm verbunden. Wir haben ja bestimmt alle so Lieblingsshirts oder Lieblingsjacken oder Lieblingspullis, von denen du dich gar nicht trennen kannst. Aber das Schönste ist, dass du Jesus angezogen hast, dass du mit ihm so herumläufst und allen zeigen darfst, Jesus ist mein Herr, ich gehöre zu ihm. Und diese Kleidung hat große Auswirkungen. Man nimmt sie wahr, man sieht, dass da eine Veränderung geschehen ist. Wir haben heute Besuch aus Dortmund. Gibt es bei euch noch Bergwerke? Die meisten sind dicht gemacht, glaube ich. Aber normal gab es im Ruhrpott eine Menge Bergwerke, wie wir ja wissen. Und wenn da die Kumpel dann nach getaner Arbeit wieder ans Tageslicht hochkamen, die sahen ziemlich schmutzig aus, logischerweise. Aber die haben dann ihre Kleidung gewechselt, sich gewaschen und man hat sie dann quasi kaum wiedererkannt. So ein ganz profanes Beispiel. Aber wir überlegen, was mit uns geschehen ist, die wir als Menschen in Sünde gelebt haben, getrennt von Gott, zerrissen, kaputt, dreckig mit unserer Kleidung, ohne Gott. Und wir dürfen wissen, wir bekommen von Gott durch den Glauben an Jesus ein neues Kleid, ein neues Leben. Wir sind gar nicht wiederzuerkennen. In Epheser Kapitel 4 oder auch Kalosser Kapitel 3, da werden wir aufgefordert, das alte Leben, die alten Kleider abzulegen und die neuen dafür anzuziehen. Und das ist eben dieser Prozess, den ich gerade schon erwähnt hatte, Jesus ähnlicher zu werden. Die Bibel fordert uns auf, hör auf mit der Sünde, leg ab die schlechten Gewohnheiten. Immer wieder höre ich von Menschen, ich kann mich nicht ändern, ich bin halt so. Man muss mich so nehmen, wie ich bin. Aber das passt nicht zu den Worten der Bibel. Die Bibel sagt schon sehr klar, Moment, wenn da Unarten in deinem Leben sind, wenn da Sünden sind, dann hör auf damit. Dann kannst du nicht immer zu Jesus sagen, ja ich kann halt nicht, dann musst du sie mir wegnehmen. Natürlich darfst du darum beten, aber auch deine Verantwortung wahrnehmen. Man könnte also auch sagen, leg ab das dreckige Hemd der Boshaftigkeit oder die zerrissene Hose des Hasses und des Zorns oder die Zwangsjacke der Lüge und der Süchte, in denen du behaftet bist. Und vielleicht ist es an der Zeit auch für dich zu schauen, wo muss ich denn das neue Kleid noch mehr anziehen. Du steckst mit einem Arm so drin, aber warst bisher nicht bereit, so richtig in die neue Jacke hineinzuschlüpfen. Hast dir immer noch so eine Hintertür offen gehalten, wie ich das vorhin auch schon mal erwähnt habe. Es gibt zur Zeit so eine besondere Werbung von Hornbach, die ihr bestimmt auch schon mal wahrgenommen habt. Da ist so ein Typ, der arbeitet, ich glaube in seinem Garten, aber irgendwie kann er nicht arbeiten, weil ihm fehlt etwas ganz Entscheidendes. Nein, es ist kein Werkzeug. Es ist auch nicht ein Bier oder irgendwas. Nein, es ist seine Arbeitshose. Er hat zwar eine neue, aber die taugt nichts, weil er will seine alte haben. Und dann geht irgendwie der Werbespot so, dass der arme Kerl dann bis zur Mülke beschließlich läuft und diese alte Arbeitshose da wieder ausbuddelt und nur mit ihr zufrieden ist. Hornbach sei Dank. So eine Hose muss man haben. Dann kann man auch arbeiten. Aber das hat auch zu mir gesprochen, dass ich dachte, tatsächlich, so sind wir oft. Wir können uns nicht trennen von unseren alten Klamotten, sprich von unseren alten Sünden, von unseren alten Gewohnheiten. Wir wissen ganz genau, diese Sachen gehören der Vergangenheit an. Das hat nichts mit einem Leben mit Jesus zu tun, aber wir hängen immer wieder an. Wir rennen wieder zurück zur Mülkippe und buddeln unsere alten Sünden wieder aus und finden das doch ganz toll, mit den alten Freunden wieder ein Los zu machen oder mit der Geschichte mal wieder uns ein bisschen einzulassen oder da. Wie geht es dir? Hast du solche Lieblingssünden, die immer mal wieder hochkommen? Die dann bei dir an die Tür klopfen? Hallo, ich bin auch noch da. Und was machst du dann? Sagst du, nee, hier ist niemand da, die Tür ist verschlossen. Sagst du, oh, herzlich willkommen, ich habe dich schon so lange nicht gesehen, komm doch rein und wollen doch mal wieder in alten Zeiten uns mal so wieder richtig gehen lassen. Und bewahre uns davor, dass wir nicht klare Sachen machen, wenn wir zu Jesus gehören, sondern dass wir wirklich konsequent sind und das alte Ablegen und das neue Anziehen, so wie die Bibel uns in Epheser 4, Kolosser 3 es uns so deutlich macht. Oftmals haben wir nur so eine oberflächliche Kosmetik, nur so ein bisschen. Ja, ich gehöre jetzt ja auch zu den Christen. Ich mache ja nicht mal jedes Wochenende voll durch und bin besoffen, sondern nur noch jedes zweite oder irgendwie so. weiß nicht, wo vielleicht bei dir Punkte sind, wo nur Scheinseelsorge betrieben wird und du auch letztendlich nur ein Scheinkrist bist, anstelle Gott gehorsam zu sein und ihm kompromisslos zu folgen. Die entscheidende Frage bleibt, welches Kleid tragen wir? Gehören wir zu Gott und haben wir die abgetragenen Kleider des alten Lebens, der Selbstgerechtigkeit ausgezogen und dafür Jesus und seine Gerechtigkeit angezogen? Haben wir das Kleid, was uns befugt, an dieser genialen Hochzeitsfeier teilzunehmen? Dann ist dort von einer Visite des Königs die Rede. Ein wichtiger Punkt. Ich war zwar nie beim Militär, aber ich habe schon oft das mitbekommen. Ich habe Zivildienst gemacht, aber auch da wurde von unserer alten Heimleitung darauf geachtet, dass wir ordentliche Kleidung anhaben. Aber wie viel mehr beim Militär? Da muss man dann antreten, wie ich schon manchmal dann gesehen habe. Und da ist ein Offizier, der schaut sich dann die Uniform an, ob auch alles ordentlich ist. Und wehe, da fehlt ein Knopf an der Uniform. Oder irgendwie ein Fleck ist drauf. Dann ist aber was los. Strenge Kleidervorschriften. Gibt es auch woanders, in Opern, Theaterhäusern, Clubs, Vereinen, Spielcasinos. Ohne die richtige Garderobe, vielleicht sogar Uniform, hat man keine Chance, kommt nicht hinein, wird freundlich abgewiesen oder gleich wieder hinaus begleitet, wenn man sich da versucht hat, reinzuschleichen. Bei unserem Hochzeitsfest vom Gleichnis, da kommt nun doch der Gastgeber, der König, um sich die Gäste anzusehen. Also ein ganz besonderer Moment. Er tritt richtig auf die Bildfläche und schaut, wen haben wir denn hier so heute Abend bei dieser schönen Hochzeitsfeier. Und auch die ganzen Gäste sind sehr aufgeregt. Wow, jetzt kommt der Gastgeber und zeigt sich uns. Dieser ehrenwerte König, sein Sohn. Vielleicht geht ein Raum durch den Saal, denn es ist ja auch der größte und sehnlichste Wunsch der Anwesenden, diesen König ganz persönlich kennenzulernen. Es ist für sie alle eine ungeheure Ehre. Gäste sehen ihn und er sieht die Gäste. So ist es auch mit uns. Gott offenbart uns, er sieht uns. Sein Besuch, seine Visite ist der Höhepunkt des Festes. Es ist aber auch die Stunde der Wahrheit. Wenn sich Gott offenbart, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Für die einen ist er der geliebte König und Herr und für die anderen ist er Richter. Die Frage ist, was ist er für dich, wenn er kommt, wenn er sich dir offenbart. Was ist, wenn du dich vor ihm verantworten musst? Wird es dir dann unheimlich und sagst, oh Mann, jetzt habe ich schlechte Karten, weil ich eben kein passendes Kleid habe. oder ist dann nur Freude und alles ist gut. Es sind auf der einen Seite liebevolle, freundliche Augen, die über der Menge schweifen und bei seinen Leuten hängen bleiben und wohlwollend nickt er. Aber es sind auch strenge Augen, die plötzlich bei dem einen hängen bleiben, der dort mitten in dieser Hochzeitsmenge sitzt und kein Festkleid anhat. Der König musste nicht lange suchen, sondern er wendet sich direkt diesem Heuchler zu. Aber eigentlich ist es nicht nur einer und ich habe schon gesagt, wir haben möglicherweise auch in unseren Kreisen mit vielen Menschen zu tun und vielleicht bist du ja auch so einer, wo die anderen gar nicht wissen, wie du stehst und denken, wieso, der ist ja schon so lange dabei und ist doch so ein toller Christ und alles ist in Ordnung in seinem Leben. Aber kann es nicht sein, dass Jesus heute Abend auch dich etwas strenger anschaut und sagt, Mensch, nun hör doch auch mit deinem Doppelleben. Die anderen Gäste haben den Schwindel vielleicht gar nicht so direkt bemerkt, aber dem König bleibt nichts verborgen. Er sieht, wie man zu ihm steht. Er weiß um die Doppelmoral, die Heuchelei, den Verrat. Manche Menschen wird der Geist Gottes überführen und sie zur Buße leiten. Andere sind verstockt. Was hier auffällt, wenn ihr den Text so richtig habt, auf euch wirken lassen, ist eine sehr sanfte Anrede. Mein Freund, sagt Jesus. Diese Begrüßung hat er übrigens bei Judas, dem Verräter, auch benutzt. Mein Freund. Aber überlege mal, wie muss diese Anrede einem Verräter ins Herz treffen, wenn du damit gemeint bist und Jesus sagt zu dir, mein Freund. Du hast mich verraten. Du bist eigentlich ein Feind von mir. Du tust so, als wenn du zu mir gehörst, aber eigentlich willst du mit mir gar nichts zu tun haben. Jesus fragt, wie bist du hier hereingekommen? Welche Frechheit besitzt du eigentlich Gott ins Angesicht zu lügen? Und vielleicht fragt dich der Herr das Gleiche, was er den Mann im Gleichnis fragte. Aber noch ist Zeit, sein Leben zu ordnen. Heute Abend kannst du Dinge klären vor Gott, wenn es bei dir nötig ist. Gerade auch, was dieses Thema angeht. Und wenn du dieses Kleid nicht hast, noch kannst du zu Jesus kommen und dir dieses Kleid umsonst abholen. Welch ein Geschenk. Zum Schluss sind hier von Konsequenzen die Rede. Der König befragte den ungebetenen Gast und der verstummte. Sicherlich, weil er sich überführt sah und wusste, dass er schuldig war. Aber er ist bestimmt nicht versehentlich in die Feier hineingeraten. Nein, er kam vielleicht, um Hilfe zu erfahren, weigerte sich aber, Gott und seinem Sohn gegenüber gehorsam zu sein. Er erkannte seinen hoffnungslosen Zustand, ohne ihn jedoch zu ändern. Da war keine Reue, keine Bitte um Vergebung, keine Träne der Buße. Er blieb einfach nur stumm. Und das ist zu wenig. So viele Menschen bleiben plötzlich stumm, wenn es um den Glauben geht. Sie wissen, dass da ein Gott ist. Sie wissen, dass sie falsch gehandelt haben. Aber sie schweigen. Sie sind nicht bereit, umzukehren. Sie sind nicht bereit, auf ihre Knie zu fallen und sagen, mein Gott, vergib mir. Mein Leben war alles andere als dir wohlgefällig. Nein, sie schweigen. Und dieser Mann, er konnte nicht mehr umkehren. Deshalb sollten wir rechtzeitig Gottes Angesicht suchen und vor ihm niederfallen und Gott und seinem Sohn die Ehre geben. Aber was sind das genau für Konsequenzen, die diese Feinde Gottes zu erdulden haben? Für solche, die mit Jesus nichts zu tun haben wollen. Wir lesen, mit diesem stummen Feind macht der König kurzen Prozess. Er überliefert ihn seinen Dienern und befiehlt, das Urteil zu vollstrecken. Das, was wir lesen, klingt nicht mehr so nett. Sie fesseln ihn und werfen ihn in die äußere Finsternis. Dieser ungebetene Gast oder eher Feind dort auf dem Fest, er bekommt nicht nur einfach so eine rote Karte gezeigt. Da ist die Tür. Auf Wiedersehen. Und ein andermal kann er beim Spiel wieder mitmachen, wenn er sich berappelt hat. Und er darf wiederkommen. Nein, für ihn ist der Ofen aus. Er ist ein für allemal ausgeschlossen. Das ist eine sehr klare Maßnahme. Diese äußere Finsternis, von der die Rede ist, ist eine endgültige Trennung von der Hochzeitstafel. Eine furchtbare Finsternis, die dieser Mann sehr gut einschätzen kann. Er hat das Licht erlebt. Er war mit dabei. Er hat geschmeckt. Im Hebräer lesen wir so etwas. Das sind Leute, die haben geschmeckt, die haben teilgenommen am Gottesdienst, die haben teilgenommen an den Segnungen Gottes. Aber weil sie nicht von ganzem Herzen dabei waren, weil sie keine Kinder Gottes letztendlich waren, sind sie dann doch letztlich weggeblieben. Ihren eigenen Weg gegangen, gehörten eben nicht zu Jesus. Wir lesen hier, dass er in der äußersten Finsternis gelandet ist und dann heißt es da, vielleicht ist nach euren Übersetzungen, Heulen und Zähne knirschen ist da. Da schreiten sich jetzt die Geister, wie es gemeint ist. Ob dieser Mann jetzt so verzweifelt war, dass jetzt keine Hoffnung mehr da ist, ich bin ausgeschlossen, ich gehöre nicht mehr dazu. Oder was man auch vermuten kann, dieses Zähne knirschen vor Wut, dass man es diesem König nicht gezeigt hat. Ja, ich bin ein Feind, ich will mit ihm nichts zu tun haben, aber mir ist nicht gelungen, meinen Hass ihm gegenüber deutlich zu machen. Und dass dieses Heulen eher eine Verzweiflung ist, dass man nichts gegen Gott und gegen Jesus ausrichten kann. Das kommt nicht selten vor, dass gottlose Menschen einfach buchstäblich verstockt sind und das auch entsprechend zeigen. Jesus warnt immer wieder vor Scheinkristentum. Nicht nur in diesem Gleichnis, es kommt so häufig vor und die Konsequenzen können nicht deutlicher beschrieben werden. Wer nicht wirklich zu Jesus gehört, der hat bei der Hochzeit im Himmel nichts zu suchen. Eine Kopie beziehungsweise eine Fälschung eines christlichen Lebens führt in die Finsternis. bin mir bewusst und wieder ernste Worte heute Abend hier, ist ein ernstes Thema, aber was nützt es uns, wenn wir alle einen auf Friede Freude machen und irgendwie nachher bei dem Hochzeitsfest schlechthin, da heißt es, Moment, du gehörst hier nicht her. Dein Name ist nicht in der Gästeliste verzeichnet, dein Name steht nicht im Lebensbuch. Da stehst du nur dann drin, wenn du an Jesus glaubst, wenn du Jesus nachfolgst. Vielleicht kennt von euch manche diesen alten Pfarrer Wilhelm Busch, von dem man manche Bücher kaufen kann, von dem manche Beispiele auch überliefert sind, die ganz lustig sind oder auch nicht so lustig, je nachdem. Der hat mal ein Erlebnis gemacht am Frankfurter Flughafen, an der Passkontrolle. Dort haben die Beamten einen Mann aufgehalten, dessen Pass abgelaufen war. Und sie haben ihm gesagt, mit diesem Pass kommen sie hier nicht rein. Keine Chance, abgelaufen. Und dann hat er nur laut gezetert und geschimpft und Riesenaufsehen erregt, weil er sagte, wieso? Pass ist Pass. Ich habe einen Pass. Der ist nicht gültig, der ist abgelaufen. Nein, aber ich habe doch einen Pass. Und das hat den Wilhelm Busch auch an diese Thematik erinnert. Was werden Menschen einmal sagen, wenn sie vor Gott stehen müssen? Wieso? Ich habe doch eine fromme Oma gehabt. Wieso? Ich war doch im Konfi-Unterricht. Wieso? Ich war doch irgendwie christlich. Christlich ist nicht gleich christlich. Entweder du hast ein wirkliches Leben mit Jesus, du gehörst ihm, du hast eine persönliche Beziehung zu ihm, du bist von Neuem geboren oder du bist ein Feind Gottes, du gehörst nicht dazu. Wer noch kein Festkleid hat, darf zu Jesus den König kommen und ihn darum bitten. Wir hatten am letzten Wochenende das Thema Vertrauen, insofern eine Wiederholung, ich darf euch einladen, am Ende vertraut euer Leben Jesus an. Bittet ihn, dass er euch komplett verändert, sodass ihr ganz und gar zu ihm gehört. Bittet ihn darum, dass wirklich sicher sein könnt, dass das Kleid der Gerechtigkeit euers ist, damit ihr sicher seid, ich werde einmal bei diesem Hochzeitsfest dabei sein. Amen. Lass uns beten. Herr, diese Beispielsgeschichte, dieses Gleichnis hast du nicht erzählt, um die Leute da zu unterhalten, um irgendwie ein Drama aufzuzeigen, sondern die Menschen lagen dir am Herzen. Es hat dich berührt, dass die Menschen so halbherzig nur dabei waren, dass sie nicht ganze Sache mit dir gemacht haben, dass sie dich abgelehnt haben. Und Herr, es ist heute genauso wie damals, du weißt um die Menschen heute Abend hier, die ein Stück weit zu dir stehen, aber auch nicht richtig. Und ich möchte dich so sehr bitten, dass du die Herzen berührst und dass du solche unter uns überführst, die eigentlich mit diesem Feind in dieser Hochzeitsgesellschaft gleichzusetzen sind. Herr, dass die Menschen unter uns, die noch nicht zu dir gehören, dass sie das erkennen und dass sie umkehren und dass sie zu dir kommen und dich bitten, in ihr Leben zu treten. Bitte, Herr, verändere du die Herzen von Menschen hier. Du bist durch deinen Heiligen Geist hier am wirken und ich vertraue dir und deiner Kraft, dass du Menschen berührst, dass du veränderst es bei dir umsonst empfangen dürfen. Herr, segne jeden Einzelnen hier. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.